Hi, ich bin Carlo und in diesem Video dreht sich alles rund um die Privathaftpflichtversicherung. Wir klären hier also, wozu du sie brauchst, was die Privathaftpflichtversicherung leistet, welche speziellen Haftpflichtversicherungen es außerdem gibt, was dich eine gute Privathaftpflichtversicherung kostet und zum Schluss gebe ich dir noch ein paar Tipps, wie du bei der Privathaftpflichtversicherung Geld sparen kannst. Wie bei fast allen Versicherungen fragt man sich natürlich auch bei dieser, wer braucht eine Privathaftpflichtversicherung? Aber bei keiner anderen Versicherung ist die Antwort dermaßen eindeutig. Jeder braucht sie, mit Ausrufezeichen. Ob im Beruf oder Freizeit, im Straßenverkehr, beim Sport oder sogar beim Spazierengehen, vor einem Missgeschick, bei dem jemand anderes durch deine Schuld zu Schaden kommt, bist du niemals sicher. Die Privathaftpflicht ist deshalb als Grundabsicherung für jeden sinnvoll. Ohne sie haftest du im Falle eines Falles mit deinem gesamten privaten Vermögen. Denn du bist gesetzlich dazu verpflichtet, für alle von dir verursachten Schäden aufzukommen. Die Privathaftpflicht aber übernimmt das für dich. Darüber hinaus schützt sie dich, indem sie unberechtigte Forderungen anderer abwehrt. Angesichts der möglichen finanziellen Folgen sollte also jeder eine Privathaftpflicht haben. Und dazu raten auch alle Verbraucherschutzorganisationen. Trotzdem besitzen etwa 17 Prozent der Haushalte hierzulande bis heute keine Privathaftpflicht. Das liegt sicher auch daran, dass in Deutschland keine Pflicht für eine solche Versicherung besteht. Anders als im Falle der Kfz-Haftpflicht, die bekanntlich obligatorisch ist. Es gibt auch Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen, dazu aber später mehr. Aber nochmals, der Abschluss einer Privathaftpflicht wird dringend empfohlen, damit du im Schadensfall nicht deinen finanziellen Ruin riskierst. Bei Cosmos Direct kannst du sie ganz einfach online mit nur wenigen Klicks abschließen und falls du wechselst, dann beginnt die neue Versicherung, sobald die alte abgelaufen ist. War das deutlich genug? Dann gehen wir über zu den Fragen. Was leistet die Privathaftpflichtversicherung und wann zahlt sie? Kurz gesagt, die Privathaftpflicht sichert Sach-, Personen- und Vermögensschäden ab. Das klingt etwas abstrakt. Deshalb hier mal drei konkrete Beispielsfälle. Von einem Sachschaden spricht man klar, wenn eine Sache beschädigt oder zerstört wird. Unser Beispiel. Du besuchst einen Freund, während ihr eure Lieblingsserie bingst, kippst du versehentlich ein Glas um. Klebrige Cola im Laptop, das übersteht er nicht, der Computer ist hin. Aber immerhin erstattet deine Privathaftpflicht die Reparatur des Rechners oder kommt für ein Ersatzgerät auf. Ein Personenschaden liegt vor, wenn ein Mensch durch dein Verschulden verletzt oder im schlimmsten Falle sogar getötet wird. Auch hier ein klassisches Beispiel. Du fährst mit dem Fahrrad auf dem Gehweg und kollidierst mit einer Fußgängerin. Die stürzt, bricht sich den Arm und landet im Krankenhaus. Die Behandlungskosten belaufen sich auf mehrere tausend Euro, für die du als Verursacher des Unfalls gerade stehen musst. Doch zum Glück hast du ja deine Privathaftpflicht. Beim Vermögensschaden schließlich handelt es sich um einen finanziellen Schaden, zum Beispiel einen Verdienstausfall. Das Beispiel hier auch aus dem Leben gegriffen. Du verschuldest einen Autounfall, der gegnerische Fahrer verletzt sich und verpasst obendrein einen Kundentermin. Dadurch geht ihm ein wichtiger Deal mit einem hohen Honorar durch die Lappen. Auch hier bist du zu deinem Glück aus dem Schneider, denn deine Haftpflicht federt den Verdienstausfall deines Kontrahenten bis zum letzten Euro ab. Natürlich leistet eine gute Privathaftpflicht noch viel mehr. Du solltest zum Beispiel darauf achten, dass sie auch Forderungsausfälle abdeckt. Das heißt, wenn du selbst geschädigt wirst, der Verursacher aber mangels Versicherung oder Geld nicht zahlen kann, springt sie ein. Deine Haftpflicht sollte auch bei Gefälligkeitsschäden haften, also für Kosten aufkommen, die du zum Beispiel als Umzugshelfer verursachst, wenn du auf der Treppe stolperst und den Flachbildfernseher deines Freundes fallen lässt. Und sie sollte für Sachschäden in deiner Mietwohnung aufkommen, also wenn du Türen oder Böden beschädigst oder dem Waschbecken versehentlich einen Sprung verpasst. Näheres dazu erkläre ich dir übrigens in einem speziellen Video hier auf dem Kanal. Also echt nicht kompliziert, oder? Dann klären wir noch kurz, welche speziellen Haftpflichtversicherungen gibt es neben der Privathaftpflicht. Wie am Anfang schon erwähnt, deckt eine Privathaftpflicht nicht jeden Schaden ab. Als Auto- oder Motorradhalter hast du dafür zum Beispiel eine Kfz-Haftpflicht. Es gibt auch spezielle Haftpflichtversicherungen für Menschen, die bestimmte Risiken absichern wollen, zum Beispiel Haus- und Grundbesitzer, Lehrer und Erzieher und auch Jäger. Auch als Hunde- und Pferdehalter brauchst du eine spezielle Haftpflichtversicherung. Anders als Kleintiere wie Katzen oder Vögel sind Hunde in der normalen Privathaftpflicht nämlich nicht mitversichert. So, und jetzt müssen wir mal dringend übers Geld reden. Konkret, was kostet dich eine gute Privathaftpflichtversicherung? Die private Haftpflicht ist im Vergleich etwa zu Kfz-Haftpflicht eine sehr, sehr günstige Versicherung. Singles können sich schon um die 25 Euro im Jahr versichern und Familientarife kosten nur ein paar Euro mehr. Darin sind dann Familienmitglieder mitversichert, die in deinem Haushalt leben, minderjährige Kinder natürlich sowieso. Aber auch volljährige Kinder in der Berufsausbildung, egal ob Lehre oder Studium, genießen den Schutz durch die Familienhaftpflicht. Und falls dein Kind nach der Erstausbildung eine drauf aufbauende zweite beginnt, zum Beispiel ein Masterstudium, ist es weiterhin geschützt. Spätestens beim Start ins Berufsleben braucht dann aber jede eine eigene Haftpflichtversicherung. Grundregel. Weil die Privathaftpflicht so eine günstige Versicherung ist, solltest du keinesfalls bei den Leistungen sparen. Alte Verträge zum Beispiel decken oft nur eine Versicherungsleistung bis zu einer Million Euro ab. Doch für moderne medizinische Maßnahmen und häufig auch für Schmerzensgelder, wie sie manche Gerichte Geschädigten zusprechen, ist es viel zu wenig. Verbraucherschützer raten deshalb, eine Deckungssumme von mindestens 10 Millionen Euro zu vereinbaren. Damit bist du auch bei komplizierten Personenschäden geschützt. Und je höher die Versicherungssumme ist, desto geringer die Gefahr, dass du im Falle eines Falles die Differenz zwischen Deckungssumme und Schadenshöhe selbst bezahlen musst. Zu den Tarifen. Die meisten Risiken des Alltags lassen sich bereits mit einem guten Basistarif abdecken. Aber fast alle Versicherer bieten heutzutage neben dem Basistarif einen höherwertigen Komforttarif mit mehr Leistungen an. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Bei Cosmos Direct erhältst du die empfohlene 10 Millionen Euro Deckungssumme bereits im Basistarif. Der Komforttarif sichert dich bis zu einer Schadenssumme von 50 Millionen Euro ab. Hier sind außerdem Extraleistungen inbegriffen, zum Beispiel für Sachschäden an deinem Arbeitsplatz. Oder für den Verlust von privaten Schlüsseln für die zentrale Schließanlage eines Mietshauses. Und wie schnell kann das passieren? Du verlierst deinen Haustürschlüssel, vorhin das Haustürschloss ausgetauscht werden muss und alle Nachbarn neue Schlüssel erhalten. Das kann schnell mal ein paar tausend Euro kosten. Da wir gerade bei den Kosten sind, habe ich zum Schluss noch ein paar Tipps, wie du bei der Privathaftpflicht sparen kannst. Wie du gesehen hast, ist diese Versicherung wirklich jeden der wenigen Euros wert, die sie kostet. Willst du aber noch sparen, kannst du bei den meisten Versicherern eine Selbstbeteiligung vereinbaren. Das bedeutet, dass du Kosten für kleinere Schäden bis zu einer bestimmten Grenze selbst trägst. Und natürlich fällt dein Versicherungsbeitrag auch etwas niedriger aus, wenn du die Beiträge jährlich zahlst statt vierteljährlich. Bei Cosmos Direct kannst du deine individuelle private Haftpflichtversicherung übrigens mit einem Online-Rechner exakt kalkulieren. Oder lass dich von unseren Expertinnen und Experten persönlich beraten. Mehr über die Privathaftpflichtversicherung erfährst du auf der Webseite oder hier auf dem Kanal. Stell Fragen in den Kommentaren und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonnier uns einfach. Bis bald, dein Carlo.